Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen bei Darksiders, TDFLP hier heute Ding am Start. Wir haben mal wieder souverän einige Rätsel gelöst und jetzt lösen wir das nächste. Was heißt, wir lösen das nächste, wir haben das schon gelöst. Wir müssen da jetzt nur noch hochspringen. Vielen Dank für den Key. Vielen Dank, Pelikon. So, ich habe jetzt diesen Key. Wie, jedoch weiß ich noch nicht, wie ich auf das Level, ich bin auf dem Level, von diesem Scheißteil. Gut, hier haben wir jetzt den Key abgegriffen, den wir gebraucht haben. Da oben war nichts mehr, meines Erachtens. Also, das heißt, wir müssen jetzt... Ich glaube, wir müssen jetzt einfach durchspringen. Ja. Gut. Und da oben ist das... Ist dieses... Dieses... Dieses Ding, wo wir hin müssen. Ne? Ja, 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 ja. Da oben müssen wir hin, dann können wir da rein und dann kommen wir zum dritten... Zum dritten Strahlenmonster bestimmt. Ja, ja, jetzt sind wir hoch genug. Beeindruckend. Sehr gut. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Ja, ja. Auf geht's. Ah. Ja. So, ein paar Skelettkrieger, natürlich, kriegen was sie natürlich finden, die Gewatsche ins Gesicht. Wir sind jetzt grüne Skelettkrieger, die sind auch nicht viel cooler als die anderen, nur die halten ein bisschen mehr aus und sind halt grün, aber so ist es, kriegen alle aufs Sack. Männlich, männlich, männlich waren wir mal wieder hier. Sehr gut. Okay. Das wird heftig, glaube ich, Leute, das wird echt heftig jetzt hier. Das wird echt schwierig. Das wird heftig. Das wird heftig. Das wird heftig. Okay. Der geht mir auf den Sack Der geht mir auf die Eier So Jetzt wollen wir den Gestank unterbrechen Was ist das? Hammer Time Bin ich eigentlich schon souverän ausgewichen, dem Spast Wollte ich nicht machen Wollte ich eigentlich auch nicht machen Das wollte ich machen Okay, das bringt nichts Okay Okay Komm schon, man, der kann doch nicht so viel aushalten Wow, er sagt mal was nach 10 Minuten GZ Ich glaube nicht, dass meine Seele dir gehört Deine Seele gehören mir, du Bastard Ja, aber jetzt Boah, ich habe ziemlich viel Leben verloren Da ich krass war, habe ich so viel Leben verloren Da oben, das war einfach nur so ein Secret, oder was? Scheiße, das ist ein Secret Wo müssen wir hin Müssen wir da hin? Ah, wir müssen ihn hier haben Okay Okay Okay, los, los, so wie beim letzten Mal Porto hier Porto da Habe ich getroffen? Ich glaube, habe ich Müssen wir das teilen Vielleicht ein bisschen tiefer setzen Das Portal Hier Damit ich besser sehen kann Sehr gut So Jetzt müssen wir warten Oh, fuck Nein Ich wollte da nicht durchlaufen, Mann Ey, so eine gewichste Scheiße Meine fucking Fresse Ach du Scheiße Jetzt fahre ich hier wieder runter Ich dachte, man muss da so rüber Dabei bewegt sich die Scheiße noch Diese hilft dir aber Er hilft dir aber auch kein Schwanz weiter Was sind das überhaupt für Flügel Mit denen man nicht richtig fliegen kann Ist das so eine Scheiße Ganz ehrlich Ich halte noch auf euch So Kein Kommentar Noch mehr Nein Dann Noch mehr Ich halte noch Ich halte mich die wenigstens auch los sind erstmal die Lakaien töten, dann kann man den fetten töten wenn die natürlich immer wieder kommen, solange der fette da ist, sonst sollte ich nicht besser lösen es ja greif an, come on! ja ja, ein wenigstens ja, anscheinend muss ich den hier echt erst töten es kommt hier andauernd neu, ey, das ist ja unglaublich wie hier immer auf den Sack gehen weil die werden hier einfach schön auseinander gedrückt schön nix zu melden, ja, das ist wichtig bestellt euch eure Meister also ich glaube wir haben es gescheiat echt noch einer zieli ah ok Soll ich eine Krallt? Meine Seele gehört nie hier. Small! Forza hat mich noch getroffen mit dem letzten Spin! Dieses... Oh mein Gott, wie lucky man sein kann! Eine Seele gehört nie hier. Eine Seele gehört nie hier. Nein, das wird auch... Nicht blocken, du Spast! Nicht blocken, das ist wichtig! Blocken ist nämlich scheiße. Jawoll. Oh, herrlich. Jetzt ist nur noch Devo. Okay, komm, mach den Spinnerooney. Ich erfrische mich. So, kann jetzt mal genau... Danach hab ich gefragt. So, sind wir jetzt fertig hier? Bitte. Na, also. Meine fucking Fresse. Das hat jetzt auch wieder gedauert, ey. Meine Jute. Was geht hier ab? Boah, der Raum ist so groß und es gibt so viele Sachen hier auf einmal. Oh mein Gott. Ah, I don't know the shit. I don't know the shit. Da muss ich bestimmt irgendwie hin. Was gibt's hier? Da. Gibt's next. Okay. Aktivieren wir, wie immer. Erstmal nur ein paar Seelen. Aktivieren wir erstmal den Hebel. Der wahrscheinlich nicht funktioniert. Aha. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ah. Ja, ja. Ja... Ja, ja. Äh, Spitz. Ich bin ja tongue intensity. Aber jetzt klich. Wenn endings zu offen ist dort, also das wohnst erkracht es mir, bei einem dann oben befindet uns immer wieder was. Das ist's. Ah, wir müssen den Bereich hier mit Wasser füllen. Natürlich, natürlich, jetzt habe ich es verstanden. Wir sind Poolmeister. Ups. Ups. Macht Sinn. Hat jetzt einfach nur Sinn gemacht. So. Ah, haha. Und jetzt müssen wir den Schalter betätigen. Gewiss, gewiss. Das tun wir doch auch gleich. Okay. 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 Good job Very nice Come on Good job A new portal Oh, yes In the next episode In the next episode Let's play the last Strahlwächter Although they are not very light I can call them idiots In the next episode Let's play the next idiot Thank you for watching And see you next time